Wir haben sie, die Versionshinweise für El Garcia, die Patch Notes für den morgigen, dicken, dicken Lost Ark Patch sind raus. Der Server geht down um 10 Uhr morgens und die Unterbrechung wird voraussichtlich 4 Stunden dauern. Wie immer zu größeren Updates macht euch gefasst darauf, dass es unter Umständen ein bisschen länger dauern könnte. Unter Umständen sind wir um 12 Uhr fertig, kommt gerne in den Stream, wir werden gemeinsam ab ungefähr 11 Uhr morgens darauf warten. Und meine Güte freue ich mich. Spotlight ist natürlich El Garcia. Neuer Kontinent, neue Story, neues Dungeon, das mittlerweile zusammengepackt wurde und effektiv ein Raid ist. Der komplette Kontinent El Garcia bietet einmal den Gebietsboss, neuer Gebietsboss, im Übrigen 1540, ihr braucht nicht mehr in Rowan rumstehen. Offensichtlich Abenteuer foliand, Reisende Händler, Beziehungsquests, Sammlerstücke und 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 und. Also auch für die Sammler unter uns wird es einiges an neuen Sachen geben. Meine Güte freue ich mich. Für die Quest, um dort überhaupt hinzukommen, müssen wir 1460 erreichen. Also auch jeder entspannte Spieler, der gerade mit einem Power Pass angefangen hat, sollte da Zeit nach hinkommen. Für den Gebietsboss, wie gesagt, 1540. Und für die abgerunden Dungeons, die effektiven Raids sind, darüber reden wir gleich, auch 1540. Das für den normalen Modus. Für den schweren Modus brauchen wir 1580. Im Übrigen, wenn ihr noch nicht 1580 seid, verzweifelt nicht, ihr bekommt ein 1540 grob genau das gleiche wie 1580. Soweit ich weiß, nur halt weniger davon. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto eindrucksvoller die Belohnung. Offensichtlich und so weiter und so fort. Und folgendes zu diesem Abgrund Dungeon. Es zählt in die Goldbelohnung unserer drei Legion Raids mit rein. Früher waren das zwei einzelne Dungeons und die kamen obendrauf und haben kein Gold gegeben. Mittlerweile wurden die Dungeons zusammengepackt und es ist effektiv ein vier Phasen langer Raid. Und dieser Raid zählt in die Goldbelohnung unserer Legion Raids mit rein. Was heißt, wenn ihr goldeffizient sein wollt, dann ist es ab jetzt Elgassia, Brell, Schaser und Clown. Clown, weil ihr eine Möglichkeit auf einer Esther Seele habt. Wenn ihr nicht goldeffizient sein wollt, viele von uns werden wahrscheinlich Brell weglassen. Oder nur Brell 1, 2, 1, 4 machen. Naja, je nachdem wie ihr halt Lust habt. Auf jeden Fall, Kai Engel ist das Ding. Ja, ähm, in Kai Engel droppen außerdem diese coolen Flügel. Die Flügel sind ein Mount und damit kann man rumfliegen. Ich denke, das ist mit Abstand das geilste Mount, das Lost Ark zu bieten hat. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass das hier rote Flügel sind. Ich dachte, es gäbe auch weiße. Aber, aber gut, vielleicht habe ich das einfach falsch in Erinnerung. Ähm, außerdem haben wir ein neues Event, das Baltor Raid Event. Setzt euch dafür eine TP in Yorn. Ja, in Yorn wird es ein Event geben, da, da wird man mit so Bieren alle drei Stunden anscheinend mit Bieren, ähm, naja, in den Raum gehen und gegen den Boss kämpfen. Und dieses Event hat relativ gute, ähm, gute Belohnung, ja. Neue legendäre Kartenpakete zum Beispiel. Und ich denke, die meisten von uns lieben legendäre Kartenpakete. Ähm, also habt das auf dem Schirm. Persönlich finde ich ein bisschen schade, dass nur alle drei Stunden stattfindet. Und mit diesem Random Sprung alle zwei Stunden mitten in der Nacht. Aber nun gut, so, so ist das nun mal, ähm, okay. Je seltener das Event natürlich ist, desto öfter, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass genug Leute zu dem Event da sind. Insbesondere, wenn ihr auf einem Server seid, der nicht allzu populär ist oder EU-West-Rip, äh, dann, dann ist das natürlich ganz nett. Im Übrigen an dieser Stelle, ich, äh, würde doch sehr hoffen, dass Server-Merges demnächst mal kommen. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Wir haben bald für jeden Spieler einen eigenen Server. Anyway, allgemeine Updates bekommen wir auch. Turm des Glücks Teil 2. Der T3-Turm, der kam mit, äh, Brelchasa-Hardmode, bekommt jetzt die letzten 25 Ebenen. Um alle machen zu können, müsst ihr 1580 sein. Ja? Äh, es gibt dort Meisterwerk, Sammlerstücke, es gibt einen größeren Fertigkeitspunkt-Rank, also wieder 6 Fertigkeitspunkte. Damit sollten wir auch genauso viele haben wie Korea, glaube ich. Und, äh, natürlich einen Haufen Zeug. Wenn ihr 1540 oder höher seid, dann habt das auf dem Schirm. Ihr könnt das im Übrigen natürlich auch mit euren Alts machen. Ja? Nur, dass ihr das auf dem Schirm habt. Ich habe zum Beispiel den, den Turm jetzt, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, tatsächlich nur auf meine Main gemacht. Zu guter Letzt haben wir Mokoko Stärkung. Heißt, äh, das ist dieser Buff für neue Spieler, dass sie weniger Schaden nehmen und mehr Schaden machen. Und, äh, das geht jetzt bis maximal 1475. Also, es hört direkt vor Klauen auf, ähm, äh, bringt den neuen Leuten aber natürlich ein bisschen mehr Schaden in Weikes. Ich denke, das ist sinnvoll. Die Mokoko-Herausforderung wurde auch erhöht. Also wieder mehr Zeug für neue Leute. Alles, was den Leuten den Einstieg in Lost Ark erleichtert, ist in meinem Buch immer was Gutes. Mit Elgassia bekommen wir die Möglichkeit, unseren uralten Stein, unseren Reliktstein auf uralt aufzuwerten. So rum. Unseren Reliktstein können wir auf uralt aufwerten. Ja? Wir brauchen verschiedene Sachen, die aus dem Elgassia Dungeon droppen und einen Haufen Gold. Also wirklich einen Haufen Gold. Wenn ihr einen neuen 7-Stein habt, der gut ist, dann ist das, denke ich, ein No-Brainer. Ähm, wenn ihr noch keinen neuen 7-Stein habt, dann müsst ihr überlegen, ob ihr mit der Zeit einen neuen 7-Stein haben wollt oder ihr zufrieden mit dem Stein seid, den ihr ohnehin schon habt und den langfristig behaltet. Wenn ihr den langfristig behaltet, upgradet den. Der uralte Stein, äh, gibt euch deutlich mehr HP. Okay, ähm, wenn nicht, lasst es einfach, weil es ist nur Leben. Wenn ihr euch nicht treffen lasst, dann sterbt ihr auch nicht. Ich hab's heute mit guten Tipps anscheinend. Ähm, allgemeine Updates haben wir auch. Es wurde eine neue Kartenpaket-Version hinzugefügt. Die legendären Kartenpakete ab Grund enthalten. Ja, ähm, äh, dort gibt es die originalen, normalen, legendären Pakete und die neuen, legendären Kartenpakete, wo, äh, die Kommandanten der Dämonen-Legionen drin sind. Tamind zum Beispiel auch. Das wird wichtig für das Dark-Damage-Set, glaube ich. Es gibt offensichtlich neue tägliche Anmeldungsbelohnungen. Ähm, und es wurde das Limit aufgehoben von 20 Gegenständen. Das wurde auf 40 erhöht. Für die Leute, die sehr aktiv und viel handeln, ist das, denke ich, eine coole Erleichterung. Für die Leute, die bussen, auch. Ich weiß nicht, wieso wir das leichter machen, aber gut. Ähm, ich denke, dass das eine tolle, tolle Maßnahme und wird auf jeden Fall mal Zeit. Shop-Updates, zu guter Letzt. Es ist nämlich sehr wichtig, dass wir, äh, immer regelmäßige Käufe im Shop tätigen. Ansonsten haben die Entwickler nichts zu essen. Können wir uns hier dieses Video angucken. Oh, die sind so süß. Ja, äh, liebe Leute, äh, der Sommer ist wieder am Start, ja. Wir haben wieder sexy, schmecksy Bikini-Skins. Ähm, für die Leute unter euch, die cachen, wieso? Aber gut, macht mit teuerem Geld, was ihr wollt. Äh, Bikini-Skins sind in der Regel die Sachen, die sich mit der Zeit, wenn die aus dem Shop raus sind, am besten verkaufen. Ja, vielleicht ein Investment wert. Keine Investment-Beratung. Zu guter Letzt haben wir Fehlerbehebungen. Ähm, ja. Ja, der Arc Pass Season 3 wird außerdem in einer Woche am 21. Juni veröffentlicht. Also auch da wieder, wenn ihr den Entwickler ein bisschen unterstützen wollt, ja, äh, ein bisschen Taschengeld in das Spiel reinfeuern wollt, dann ist Arc Pass Season 3 auch die Möglichkeit. Zu guter Letzt, lasst uns gucken. Das Elgar ist ja wieder. Der letzte Teil der Arche. Ey, Spoiler! What the f... Was für eine Schweinerei. Jetzt kostenlos spielen. Für jeden, der dieses Video einfach random guckt und kein Lost Ark spielt, momentan vielleicht früher gespielt hat, es gibt einen Haufen Powerpässe und einen Haufen so New-Player-Geschichten, die euch erlauben, sehr, sehr schnell aufzusteigen. Also schaut's euch vielleicht an. Es ist, wie das Video auch gezeigt hat, kostenlos. Meine Lieben, ich freue mich unheimlich, euch morgen begrüßen zu dürfen im Stream. Wir gucken uns all das gemeinsam an. Wir, wir, äh, springen durch Elgarcia durch. Wir werden gemeinsam, äh, dieses Dungeon hier hoffentlich bezwingen. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr freut euch sehr aufs Update. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.